Hallo und herzlich willkommen im Heimkinoraum Club. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei uns im Heimkinoraum könnt ihr mit uns zusammen bei einem Termin vor Ort oder auch telefonisch rausfinden, welcher Beamer am besten zu euch passt. Ein wichtiger Bestandteil davon ist ja nicht nur die Bildqualität, Budget und Bildgröße, die ihr erreichen wollt, sondern auch, wo kommt denn der Beamer hin und wo braucht ihr das Bild. Dazu ist wichtig zu wissen, wie die Angaben von Offset und Landshift zu verstehen sind und das schauen wir uns heute mal gemeinsam an. In der Regel ist es so, die Projektoren können entweder sowohl vertikal als auch horizontal das Bild verschieben. Dabei gehen wir immer davon dann aus, dass die, wenn ihr noch nichts verschoben habt, dass die Bildmitte genau dort ist, wo die Linse ist. Und dann gibt es andere Projektoren, wie jetzt zum Beispiel, das sind meistens etwas günstigere, aber auch der URZ 4000 macht das zum Beispiel so. Da gibt es dann eine Offset-Angabe und wir haben nur eine vertikale Verschiebung, wie jetzt zum Beispiel eben der besagte URZ 4000. Da schauen wir zusammen in die technischen Daten und da sehen wir dann hier unten, wir haben ein Landshift-Vertikal von plus 15% und ein Offset von 100%. Ja, was bedeutet denn das jetzt aber eigentlich? 100% Offset heißt, wenn man den Projektor auf den Tisch stellt, dann hat man die Bildunterkante genau dort, wo die Linse ist. Die Landshift-Vertikal ist dann nur plus, also nur noch Werte nach oben in dem Fall und zwar um 15%. Und diese 15% beziehen sich immer auf die Bildgröße und zwar in dem Fall Höhe, weil wir nach oben verschieben. Das heißt, wenn ihr ein 120 Zoll Bild macht zum Beispiel, habt ihr eine Bildhöhe von 1,50 Meter oder 150 Zentimeter und 15% davon, also 22,5 Zentimeter, könnt ihr das Bild noch nach oben verschieben. Andere Beamer haben zum Beispiel einen kleineren Landship von vielleicht nur 10% und den Offset von 105. Das heißt, da ist das Bild schon 5% wieder von der Bildhöhe errechnet überhalb der Linse. Wenn ihr das Ding auf die Decke hängt oder an die Decke natürlich, dann ist die Bildoberkante dort, wo wir das gerade angegeben haben, weil dann kann der Projektor das Bild drehen, Bildoberkante ist dort, wo die Linse ist. Ihr habt noch 15% Landship nach unten beim URZ 4000 jetzt zum Beispiel. Solche Projektoren haben dann oft noch einen Trapez-Ausgleich, weil das ist natürlich jetzt nicht viel Spielraum, wenn der an der Decke hängt. Den kann man dann etwas schräg stellen und der gleicht das Trapez aus. Achtung, bei solchen Projektoren habt ihr seitlich keine Verschiebung. Das heißt, die Linse muss immer genau Bildmitte hängen. Schauen wir uns doch jetzt aber zum Beispiel mal den Epson an. Der hat nämlich hier eine Angabe von einem horizontalen und einem vertikalen Landship. Das heißt, wir können hier das Bild sowohl nach rechts und links wie auch nach oben und unten verschieben. Und zwar wieder um horizontal 47,1%. Das heißt, wenn Bildmitte Linsenmitte ist, dann kann der Projektor, wenn man das Bild um 47% der Bildbreite in dem Fall verschieben kann in beide Richtungen, kann man fast bis ganz an den Rand des Bildes mit dem Projektor gehen und kriegt es aber immer noch rüber. Bei 96,3% heißt es, wir fangen Bildmitte an. Das heißt, 50% brauchen wir schon, um an den Rand des Bildes mit der Linse zu kommen und haben dann aber nochmal fast ein halbes Bild nach oben und unten Spielraum. Das ist natürlich sehr, sehr ein großer Landschiff. Das ist auch klar eine der Vorteile der Epson Beamer. Die sind da super flexibel bei der Aufstellung und haben dort tolle Möglichkeiten, das Gerät aufzustellen. Eins gibt es aber zu beachten bei dem Projektor. Man kann nicht die Linse ganz rüber schieben, also die ganzen 47% des horizontalen Landschifts ausnutzen und dann noch den maximalen vertikalen Landschifts. Das geht nicht, denn, wie ihr wisst, ist die Optik natürlich rund. Die Linse ist dort in der Mitte und die wird tatsächlich verschoben, aber in der runden Optik, wenn ich die Linse ganz nach außen tue, habe ich natürlich nach oben und unten einen geringeren Spielraum. Es gibt dort keine wirklich gute Berechnung, dass man sagen kann, ja, wie weit komme ich denn? Das ist alles so ein bisschen schätzend. Deshalb unbedingt einen Termin vor Ort ausmachen, Fotos mitbringen, Maße mitbringen, damit wir euch direkt vor Ort mit der Erfahrung, die wir mit diesen Projektoren haben, sagen können, ob das klappt oder nicht. Ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen. Falls noch Fragen sind, meldet euch bitte gerne auch in den Kommentaren. Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich aufs nächste Mal im Heimkino Raumclub. Bis dahin, macht es gut, Servus. Bis dahin, macht es gut, Servus.